Na alle zusammen, ich hier ist wieder Heuchelang und schon bin ich wieder für euch in Battle for Esser. Und zwar wollen wir heute wieder in ein paar Vision-Kisten reinschauen. Ich hab gerade wieder einen 5-Masken-Boost-Run hinter mir und jetzt hoffe ich mal, dass ich da ordentlich belohnt werde für und irgendwas richtig, richtig Gutes rausziehe. Ich liebäugel ja immer noch mit nem Zwillig-Zurwüstungs-Item. Und ja, mal gucken, vielleicht kriege ich auch mal nen guten Brawl mit sogar guten Stats raus. Na? Ich glaub, Beschissener gibt's gar nicht. Crit-Tempo und dann, was haben wir hier? Crit-No-Flat drauf, ne? Okay, also das Item war schon mal definitiv nix. So, da la, wieder ein Run durch. Schauen wir mal, was wir in den Kisten haben. Waren hier eben relativ zügig tatsächlich durch. Das nächste Mal muss ich mal gucken, was ich alles skippen kann, ne? Ich hab mir auch schon überlegt, oh, Schuhe, schauen wir gleich an, was da drauf ist. Ob ich mal irgendwo ein bisschen durchstelle, weil eigentlich die Marken brauche ich nicht mehr so wirklich. Und ja, Hauptsache schnell durch jetzt. Ah, sagen wir mal die Trex-Prinse-Versa. Ah, ne, die Schultern, äh, Schultern sag ich, die Stiefel sind leider auch nix. Wieder Mist gekriegt, schade, schade. So, da la, nächster Run durch. Heute läuft's irgendwie, ich bin ein bisschen mit dem Preis runtergegangen, jetzt krieg ich regelmäßig Kunden hier ran. Komme schon gar nicht mehr nach, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt hoffe ich, dass es auch mit den Items läuft. Schauen wir mal, und? Was haben wir denn da gekriegt? Naja, das ist auf keinen Fall besser. 460er-Item. Na, schauen wir mal, außer da ist was richtig Krasses drauf, aber ich hab eigentlich ganz gute Schultern. Äh, ne, vergiss es. Schade, das kann ich nicht gebrauchen. So, eben haben wir noch nen Run durchgelaufen. Eben wollte der, der Kunde noch mitlaufen. Ratet mal, wie, wie lang er mit dabei war. Nicht sonderlich lang, also das zweite Gebiet hat er nur halb mitgemacht und dann war er tot. Leider. Movement-König vor den Herren. Aber ich hab's auch allein noch gekriegt, hingekriegt und ich krieg jetzt Hosen mit. Ha, ja, die können wir mal getrost in die Tonne klopfen. 4,55 sind die. Die brauch ich tatsächlich nicht. Die hauen wir dann schön ins Grabber oder zum Händler, je nachdem, wer mehr gibt. Und damit wären wir wieder am Ende von dem, naja, leicht unerfolgreichen Loots aus den Visionen. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.